Teil 3. Eine Bürde des Blutes. Okay. Charming. Wow. Das kommt mal richtig geil. Richtig schön. So. Und weil es gerade so schön ist, Leute, ich brauche mal eine ganz kurze Pause. Ich muss mir mal kurz die Füße vertreten oder den Fuß. Der andere, den darf ich ja nicht so betreten. Und dann machen wir hier gleich weiter. Also, wollt ihr was zu trinken? Geht mal kurz den Leuchwürgen, was auch immer. Wir sind gleich wieder da. Nicht wegrennen. Es wird noch spannend, wenn ich hier raustappen kann. Mein Gott. Ich hasse es. So. Bis gleich. So. Bin ich wieder. Machen wir weiter mit Ratten töten. Im Regen. Mieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Jupp. Ich brauche Loot. Es ist dunkel. Es regnet. Es stinkt nach Ratten. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Boudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Ugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf. Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein. Ach, da darf ich nicht runterlassen. Eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Ugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte. Gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Okay. Ich muss mal gucken, wie ich meinen Sprinten... Ich muss es wieder umlegen. Und seit ich die Alchemie kann, kann ich nämlich nicht mehr sprinten. Okay. Oder sprinte ich jetzt standardmäßig anscheinend? Das ist es gehen. Okay, gut. Egal. Alle verschwunden. Ja. Ja, bei dem Wetter möchte ich auch nicht draußen bleiben, ganz ehrlich. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass Sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Und der Regen hat aufgehört. Ja, praktisch. Ne, doch nicht. Sah nur so aus. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Gehen wir. Ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwas. Na komm. Hier. Lecker. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel. Der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Ja. Hört, hört. Und die ganze Jauche. Das ist das Bögel, das man sich nur wünschen kann. Mhm. Schweine Fleisch. Saftige Bratenstücke. Köstliches Fleisch. Köstlich, ist klar. Mhm. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst? Ja. Ja, ja, ja. Danke, nein. Und da die ganzen Innereien am Boden. Mh. Lacker, lacker, lacker. Wird schon alles gut. Einen Topf nehmen wir mal mit. Fünf Stück Nägel. Ja, nice. Sag bloß, ich kann das Ding jetzt upgraden, bald. Das war ja im ersten Teil auch so, stand da, dass du dann irgendwann ein bisschen was machen konntest. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Mh. Was? Auf Befehl des Grafen Viktor von Aare. Kein Zutritt. Lacker. Einer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Ugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verweigt der uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Wo, was, wann, wie? Da. Da ist deine Seitengasse. Was meinst du? Wo, was? Ah, da. Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaub. So ein starker Junge, Mann. Hier lang, Amicia. Ja. Bin schon da. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt. Sind gleich wieder weg. Lecker. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Ja, klar. Nicht nachdenken und nicht atmen. Mh, lecker. Mh, lecker. Da brauchst du nicht mehr Wunder, dass die damals so früh ausgestorben sind. Und gekriegt. Nichts gut, man hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Luke. Mh, lecker. So viele Lebewesen. Uh. Daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Absolut. Ja. Fast geschafft. Nicht ausrutschen. Ja. Oh Gott. Ja. Scheiß auf die Stiefel. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Ja. Ein riesiger, leckerer Köder. Die Ratten werden sich hier wirklich wie zu Hause fühlen. Boah. Nägel, Schwefel, Alol. Alol. Ja, ohne Alkohol. Jetzt ist es wahrscheinlich hier nicht aus. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Halt, nein. Was ist das? Hm. Oh nein, nein. Nicht schon wieder. Doch. Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Ja. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Ja. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Müssen wir halt nachhelfen. Sie wollen das Fleisch. Sie wollen das Fleisch. Verständlich. Und hier sind keiner. Praktisch. Sehr schön. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Mhm. Na komm. Mach Luke. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut zu wissen. Ah ja. Okay. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja. Jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Ja. Himmel, sie sind überall. Paul, lass uns gehen! Warte! Das liegt! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Ah ja. Da. Okay. Jetzt das Feuer. Da draußen ist noch Salpeter. Ja. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Ja, dann. Alles klar. Tuck dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Okay. So. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Hm. Könnte weniger Chaos sein. Ja. Könnte. 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 Was ist das? Oh, ein Messer. Praktisch. Mö, gerne. Was ist das? Blut. Buttermesser. Plus eins. Ah. Ich glaube, das ist besser als ein Buttermesser. Haben sich ganz schön gewehrt. Was war... Oh nein. Ein Soldat. Hey. Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt. Nein. Ihr sollte tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ja. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Oh, das ist sein Auftrag auch. Sie ermorden die Bewohner. Sie. Sie säubern jetzt die Viertel. Richtig. Richtig. Alles klar. Nein, nein, nein. Mein Gott. Tja. Ja. Hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem. Danke. Ist schön, dass man da einfach durchlaufen kann. Da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, dann wird er. Bleibt mir vom Leib, klar? Scheiße. Ich mache die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Lasst uns raus. Die Ratten kommen. Halt's Maul. Nicht mein Problem. Wer rauskommt, wird hingerichtet. Nein, nein, nein. Ermordet. Ihr da. Bleibt stehen. Oh, komm. Sie haben es wohl verdient. Keine Zeit für Gewissensmesser. Ugo wartet. Okay. Und jetzt? So, was muss ich tun? Wo muss ich hin? Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Muss ja noch neu starten. Fuck. Sucht euch was anderes zu fressen. Sie haben es wohl verdient. Keine Zeit für Gewissensmesser. Ugo wartet. Die Ratten kommen! Sehr schön. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Mhm. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterher rennen. Wie kann man nur so dumm sein? Was ist das hier? Ja. Wir müssen raus aus der Stadt. Ja. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfackeln. Schluss, aus, fertig. Ihr Mistviecher scheint mich zu mögen. Mhm. Dum-dum-dum-dum-dum. Was? Dieses komische Geräusch war ziemlich nah. Okay. Alles sauber. Komisch. Wird's das Ding umsonst in die Luft gejagt? Wahrscheinlich. So. Ähm. Was anderes zu fressen? Ja, ja. Ähm. Ich weiß, was ich tun muss. Was ist das? So. Wäre schön. Wehe, du schießt noch mal. Dann setzt's was. Naja. Das ist keine Fackel mehr, ne? Natürlich blöd für dich jetzt. Ihr Schafsköp, da seid ihr ja. Wir wurden entdeckt. Denkt ihr dahinter, seid ihr sicher? Ja. Denke ich. Drecksbiester. Schon wieder Fehlalarm. Hier scheint's powder ab, ihr Ratten. Ach, da kommt er aber jetzt voll drauf, ne? Das war verdammt knapp. Okay, das kann ich nicht. Aber ich kann das da oben. Alles klar. Ich bleib schön hier. Was? Ihr seid bestimmt, das war's, ihr Bastarde. Jetzt kommen sie. Hallo? Wenn ich euch finde, seid ihr dran. Warum geht ihr nicht auf ihn los? Soll ich an denen vorbeikommen. Weiß ich nicht, aber du könntest auch einfach gefressen werden. Das wäre halt der Optimalzustand. Was ist das? Die sind garantiert, ihr gehört mir. Ich häng fest. Aber ich bin auch nicht mit euch fertig. Da hinten seid ihr nicht mehr lang. Feiglinge, kommt raus! Was will er denn? Na gut, dann bleib ich eben hier. Warum geht ihr nicht auf ihn los? Der steht im Dunkeln. Ist das jetzt im Acker oder was? Was? Ihr seid bestimmt da drüben! Ja, klar, klar. So. Das war's, ihr Bastarde. Verdammt! Wenn ich euch finde, seid ihr dran. Ich verstehe jetzt nicht, warum greifen die die nicht an? Nee, nee, nee. Eigentlich nicht. Was zur? Die sind garantiert. Ihr gehört mir. Es ist noch nicht vorbei. Irren, wenn ich euch. Sie haben uns. Nee, nicht wirklich. Ihr wollt euch fest. Da seid ihr ja. Sie sehen uns. Feiglinge, kommt raus! Jetzt sitze ich hier fest. Ihr seid bestimmt da drüben. Das war's, ihr Bastarde. Ich krieg euch schon noch. Und dann... Ihr kriegt mich nicht. Geht doch. Das Stadttor. Endlich! Denkt dran, Männer! Bleibt im Licht! Um jeden Preis! Oh nein! Sie verlassen die Stadt, der Wund der Kräuterkundler. Sagt nicht, dass sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt! Hey, ganz ruhig. Wir sind bestimmt schneller als die. Es hört nie auf. Ja, sagt niemals nie. Sagt niemals nie. Wir brauchen jetzt erstmal Loot. Schön, dass wir die Ratten erstmal in seine Richtung kommen mussten. Okay, ich bin nochmal auf. Dann noch viel Spaß mit deinen Freunden. Na, danke. Danke. Ich hab's dir jetzt schon ins Herz geschlossen. Dann können wir deine Ausrüstung verbessern. Ja, geil. Soldaten! Nein. Er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln? Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Wir haben sie... Nicht unkriptisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Hm. Ich hoffe, Ugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Komm rüber. Ich glaub, wir haben ein Problem. Was? Das Ding rastet nicht ein. Also müssen wir rennen. Ach komm. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los. Ich komme. Komm schon, schneller. Bin direkt hinter dir. So. Puh. Ja. Mei, oh mei. Geschafft. Gut gemacht. Ich hasse es. So was hasse ich. Dieses, ach, scheiße, du musst. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Ja. Und keine Leichen. Mir ist gerade was eingefallen. In Vaudan's Labor war ein Fresco einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was denkst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkündler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier? Verpricht dich. Ja, noch zustillt. Waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wo sind sie? Sie sind weg. Weg und du bist wieder rein, allein. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Das ist nett. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was wir haben. Ich bin erst mal gut. Stimmt. Komm, lass mich mal dahin. Endlich kann ich verbessern. So. Weiche Schnur. Durch das Annähen neuer Taschen kann Amicia zusätzliche Alchemist-Munition tragen. Das ist auch nicht schlecht. Ringgürtel. Ein weiterer Ring an ihren Gürtel ermöglicht es, Amicia einen zusätzlichen Topf zu tragen. Wow. Verwertungswerkzeug. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platz zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pürit und Bolzen. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ich möchte zerlegen. So. Von Reisewerkzeug kann Amicia ihre Ausrüstung überall ohne Werkbank aufwerten. Ha! Das ist doch mal richtig geil. Schon besser. Praktisch. Bist du soweit? Ja. Gehen wir. Hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Okay. Mal gucken sie uns mal an. Ersttochen. Vermutlich sollte hatten. Ah, bevor ich jetzt durch diese Tür gehe, ne? Dabei. Egal. Ach komm, nein. Sie riechen die Kadaver. Ja. Sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Okay. So. So. Alter. Die haben immer ja richtig Hunger gehabt hier. Wahnsinn. Hey! Nein! Pass auf! Haben wir euch vergessen? Na wartet. Uah! Ja, ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Aber irgendwie hatte ich da so einen Lukas oder wie auch immer er heißt. Direkt vor mir. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag nicht noch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen wie Kadaver. Ja. Sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, ob... ...wo aufhört. Nein! Pass auf! Haben wir euch vergessen? Ne, eigentlich nicht. Das kam überraschend. Oh, der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind noch nicht los. Danke. Das muss aufhören. Ja, das wär schön. Okay, wir haben quasi zwei Treffer Zeit. Okay. Das ist nicht schlecht. Das nehmen wir mal mit. Na komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Jetzt mal ganz schnell da durch. Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler! Kommt mir nicht so nah, hört ihr! Was die Garnison braucht! Essen und Waffen! Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Kommt nur ein wenig zusammen, dann kann ich euch alle gemeinschaftlich umbringen. Na komm. Halt, die Klappe. Wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Ah. Das ist zu weit weg. Schafft sie nicht. Ja, der war im Weg. Da kommen wir ran. Da ist ein Weg, Jungs. Da ist ein Weg, lass mich mal durch hier. Heiß und fertig, heiß und fertig. Ich muss da durch. Fleischklumpen. Ach komm. Ach komm. Gerade eben waren sie noch weg. Ich weiß, es ist die Hölle, die nicht. Aber wie uns hat die so bösartig? Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler! Nehmt nur mit, was die Garnison braucht. Essen und Waffen! Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Okay. Dann müssen wir das mal mit stecken in der Hand machen. Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Ach, so wieso im Weg? Richtig. Das ist, das ist, das ist mein Boss, äh, on the way. Im Weg und so. Schnell weg! Ich hätte gerne den Loot. Aber irgendwie darf ich anscheinend nicht. Die haben sie umgebracht. In der Kirche. Dem ist alles scheißegal, Lukas. Das sind schlechter. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Die machen auch vor Kirchen nicht halt. Ne. Kirche ist nur, ja, das Mittel zum Zweck oder irgendwie sowas. Kommt mir nicht so nah, hört ihr? Ich muss mich verarschen. Geht doch. Wir werden angegriffen. Zündet die Eindringlinge. Wer sonst? Was ist hier los? Er ist tot! Elende Viecher. Nix. Schon wieder. Lasst mich durch, Drecksviecher! So, der steht noch da draußen. Tja. Blöd, ne? Zur falschen Zeit und falschen Ort. Und mir fehlt Schwefel oder sowas. Um irgendwas herzustellen. Schön. Das ist natürlich jetzt blöd. Hallo. So. Okay. Knapp. Haben sie sich in der Ecke versteckt. Die Schweine. Ihr seid erledigt. Wir wurden entdeckt. Ja. Egal. Und? Schwäfel. Danke. Ansonsten kommen wir hier nicht durch. So. Ich brauche nämlich die ganzen Kisten hier. Der Kräuterkundler. Und mein Schwert ist noch warm. Also, wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie unzingelt. Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler. Bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie! Jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Kniet ihr doch nieder, wenn ihr... Was ist los? Ist es euch zu hell hier? Mhm. Ihr wollt mich fressen? Nein. Dreckskerl. Verdammter Dreckskerl. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Versuch dich zu beruhigen. So kannst du nicht weitermachen. Wie denn? Dank diesen Mistkernen geht's über nur noch schlechter. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ich bleib hier. Ob's mir gefällt oder nicht. Das finde ich okay. Bleibst du da drin? Ist voll in Ordnung. So. Wie viel Alkohol? Wir sind Soldaten. Fleischklumpen mit Schwertern. So. Sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig genug. Was ist doch? Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Und weg mir durch. Nein, 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 das lasse ich besser. So. So, was ist denn hier? Ich habe nicht viel Zeit hier. Ich habe nicht viel Zeit hier. Ach komm. Ja, du stehst daneben. Mach halt wenigstens das Licht an oder so. Zu spät gesehen, dass da eine Laterne ist. Ich bin vorsichtig genug. Jetzt ist es. Ja, dann bleibst du da hinten. Ist doch alles okay. Alles gut. So. Hallo? Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Schleichen die sich so langsam mal sich an und dran? Ich weiß, ich mache es für Ugo. Okay. So. Okay. Das war doch gerade auch geklappt. Meine Güte. Das war doch schon noch in diesem Jahrhundert. Ich bleib wohl eine Weile hier. Noch einmal. Ich bin vorsichtig genug. So. So. Jetzt hacke ich hier fest. Warte. Hallo? Ich bleib hier. Ich bleib hier. Ob es mir gefällt oder nicht. Was war das? Da verschenkt ihr euch also. So. Bleib in Sicherheit. Ah! Nein! Alter! Alter! Was ist mit den aggressiven Ratten los? So. Ich bleib einfach hier. Was machst du da? So. Ich mach es für Ugo. Ja. Wir machen es für Ugo. Ugo Capri. So. Was war das? Das kam von da drüben. Er kommt her. Ich will mich schon irgendwie zu fassen kriegen. Versteckt euch ruhig, aber ich finde euch. Seid ihr Alter? Hallo? Amitian? Komme ich in diesen Jahrhundert jetzt nochmal darüber oder nicht? Seid vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Mir gefällt oder nicht? So. Nein, nein. Das lass ich besser. Gut. Dann machen wir es mal anders. Aber den killen wir trotzdem. Weil, weil. Weg ist es weg. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Ich weiß. Ich mach es für Ugo. Endlich. Wir wurden entdeckt. Mist. Ich sitz fest. Na? Oh. So. Ihr seid erledigt. Jetzt kommen sie. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ich finde euch. Weißt du, wir müssen uns auch mal oder nicht? Wie komme ich jetzt darüber? Ja. 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 Was kommt da drüben? Da seid ihr ja. Sie haben uns erwischt. Ich hätte ein Messer. Nein, du sollst ihn schlagen. Arz. Weg mit dir. Tun wir das noch nicht mit dir nochmal an. So. Spiel für das Repeater. Zehn Stück für... Ah, schön. Was ist sonst noch? Nix. Ich werde mal uns drunterlegen. Ja, ole ole. So. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch die Fackeln dahinten. Okay. Machen wir erstmal die Leiterne an. So, jetzt können wir uns noch ein Stecken holen und dann kommen wir rüber. Machen wir es mal so rum. Muss man nicht verstehen, warum das einmal klappt und dann die ganze Zeit nicht. Aber wir haben auch noch Möglichkeiten, das zu ändern. Und jetzt los. Blut vergießen. Alles was sie kennen. Wir sind Soldaten. Fleischklumpen mit Schwertern. Ja. Das trifft es richtig gut. Fleischklumpen mit Schwertern. Meistens aber auch noch Gewehre oder irgendwie sowas in der Art. Mein Chunk. Na, Ben. Sorry. War gerade. In Ratten ausweichen. Na, wie geht's dir? Gut. Wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Wow. Hat ziemlich ekelhaften Charakter gerade. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Okay. Also ein sehr interessantes Spiel. Ach, keine Blumen hier. Himmel. Konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Nein, nein. Falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Ja, ja. Ist meistens am hindersten an dem Ort. Das ist die Frau. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Ja. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so gut. Äh. Nice. Ja, du und dein Schlafrhythmus. Ähm, ich hab dir übrigens ne Message zukommen lassen. Wenn du schon da bist. Und sonst, ja, ähm, Bender Abriss, Bender Anriss. Also ich hab alles gerade. Und somit erstmal wieder ne Zwangspause. Oder immer noch, besser gesagt, ne? Ja. Nein, das ist er nicht. Ach, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Ja. Kartengeräte. Ach, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Seien wir nicht so aggressiv, Mädel. Das ist sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Ja, das ist traumatisch. Belastungsstörungen, was die hat. Sucht alles ab, Männer. Amicia. Ach, war klar. Soldaten. Das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll. Ihr, bleibt ihr auf Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Oh Gott, was ist denn das für einer? Die dreht gerade am Rad. Die dreht gerade richtig hoch. Stress. Ich weiß. Pure Stress. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den, den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Mhm. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ah, ich werd gehen. Ich schleich rein. Ich schaff es. Wenn dich jemand... Dann werd ich rennen. Wenn ich das erste Mal... Hm. Bitte lass mich ihn jetzt nicht steuern. Was passiert mit mir? Stress. Posttraumatische Belastungsstörungen, was auch immer. Nein. Nein. Ja, war klar. Ja, ich auch. Das wusste, glaube ich, jeder hier im Raum. Oder vor deinem Bildschirm. War klar. Fände und rette Lukas. Lukas, er lebt noch. Ihr Drecksäcker, na wartet. Okay. Was ist das? Oh. Ach, komm. Wow. Da kam was geflogen. Hat er mich doch noch erwischt in dem... Ach, komm, ey. Ich dachte, ich bin in dem Feld nicht erkennbar, Harzkeisen. Kann ich den einfach killen? Oh, Lukas, hol den Nachtschatten. Hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Ja, bin schon dabei. Okay. Schnell. Die sind hier drüben. Haltet sie auf. Eindringlinge, Berwägung, Männer. Da! Da! Eindringlinge, halten wir sie auf. Irda, machen wir sie kalt. Da, hier sind Eindringlinge. Was? Okay. Ich. Das war knapp. Eindringlinge, halten wir sie auf. Wir da! Wir sind Eindringlinge! Oh, shit. Okay. Also durch Rushen geht auf jeden Fall nicht. Okay. Okay. Wie soll ich den jetzt killen, ohne das? Die waren das, kein Zweifel! Mhm. Okay. Wir haben hier Unruhe, Stifter. Augen auf, Männer! Ja, ja. Nichts hier. Verplemperte Zeit. Hm. Wer ist da? Du willst jetzt nicht weggehen, ne? Kann leider nicht aus dem Gebüsch raus und eben so ein bisschen so... ...Kennick brechen oder so. Das geht leider nicht. Schade. Okay. Ja, bin ja schon dabei. Okay. Ihr seid mir sehr gefährlich nah beieinander, ihr zwei. Na, komm. Da hinten ist auch schon wieder eine. Okay, gehen wir mal so rum. Gut. Schaut gut aus. Ich werde mich mal woanders umsehen. Mhm. Kannst du machen. Mir juckt die Nase. Ist recht. So. Okay. Da ist niemand. Da ist niemand. Da ist jemand. Da ist auch einer. Und da oben ist einer. Herr Scheu kann hier nichts finden. Jetzt kümmere dich drum. Ja, ich bin noch dabei. Ich kann mir die Suche hier sparen. Wenn der da unten ist. Der Axt, die geht mir gerade tierisch auf den Sack. Komm, verzieh dich. Sinnlos. Hier ist niemand. Ist doch schön, wenn du der Meinung bist. So, jetzt seid ihr drei aufeinander und ich kann euch nicht irgendwo hinlocken. Die können bestimmt woanders hin. Ach, Leute, komm, verteilt euch mal ein bisschen. Siehst du was? Noch nicht. Behalt die Büsche im Auge. Vielleicht verstecken sie sich da drin. Ja, tun wir. So. Das ist doch schön. Diese Einstellung ist löblich, dass du nichts findest. Ich sollte lieber da drüben nachsehen. Hier ist nichts. Okay. So, ist der, der? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm. Hau ab da. Der ist gerade so schön frei. Danke. Da ist sie. Los, los, schneller. Er ist nicht tot. Nicht tot. Keine Angst. Ich lasse sie bluten. Geht ganz schnell. Nichts hier. Verplemperte Zeit. Ihr könnt nicht weit sein. Kommt schon raus. So. Mhm. So. Sind wohl nicht hier. Ist alles sauber. Okay. Komm, verziehe dich da oben. So. 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 Leichte Aggressionen hat die Frau. Die hat echt leichte Aggressionen, die Frau. Ich meine, ich kann es ja irgendwo verstehen. Nur, aber. Die ist echt minimal aggressiv. So, mal runtergucken. So. Es kam von hier. Bitte leb noch, bitte. Ja. Geschafft. Wer war bei dir, Junge? Spuckst du aus. Arsch. So. Nice. Rödige Köter. Oh. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune. Sie kommen. Versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Wer bewacht den Gefeinen. Wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab. Nein. Die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. An den Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt. Hier bin ich. Sucht ihr mich? Da. Da hast du's. Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein. Ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Ja, siehst du. Komm. Ich geb dir, was du willst. Er hat einen Schild. Vorsicht. Eindringling. Sie ist bewaffnet. Schieß auf die Beutel, Amicia. Dann sehen sie nichts mehr. Ja. 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 Oh. 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 Ach komm jetzt. Du sollst ja auf den Beutel schießen und auch nicht auf... Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Sucht ihr mich? Ja. Ja, da kann ich nicht viel machen. Wenn die gerade in Würge ist und ihn umbringen will. Ach komm jetzt. Einmal klappt's, einmal klappt's nicht und dann klappt's wieder nicht. Das ist wie so ein kleiner Teufelskreis hier gerade. Mann am Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt. Hier bin ich. Es freut mich. Da hast du's. Siehst du, die können nichts. Kein Grund Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein. Ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Komm. Ich geb dir, was du willst. Er hat einen Schild. Vorsicht. Eindringling. Sie ist bewaffnet. Ja, dann komm runter. Buntel, Amicia. Dann sehen sie nichts mehr. Die ist leicht aggressiv, die Frau. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nichts mehr bekommen. Du musst aufhören, sonst... Du hast nur Angst. Du hast nur Angst. Du hast nur Angst. Du musst du ihnen Angst haben. Normaltische Belastung, sowas. Du hast nur Angst. Haltet sie auf. Sie ist ein Kind. Mehr nicht. Ja. Ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wo es lang geht. Ja, kommt. Versucht's doch. Hört mal her. Ab jetzt bestimme ich die Regeln. Männer. Die Ehre der Armee liegt in unserer Hand. Okay. Falsch. In meiner. Du bist tot. So Gottverdammt tot. Oh oh. Du wirst meine Männer nicht töten. Oh 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 oh. Die braucht definitiven Therapeuten, ja. Fertig. Die hat so richtige Belastungsstörungen, aber sowas von. Aber vom Feinsten. Minimale Aggressionen. Oder Kilo weiße Schokolade. Schokolade hilft immer. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der wird nur ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Ja. Kinder auch noch ein bisschen einschüchtern, ne? Oh. Was für ein großer Mann. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein. Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester hängt? Ja gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich, ich verliere den Verstand. Treffen formuliert. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Ja. Eine ganze Weile geht ja. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Deerun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Oh, Bomben. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Ich möchte aber nicht. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Wiest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich auch so. Du... Lukas. Die Treppe. Los. Mach schnell. Du gewinnst dich schon dran. Stupefagio. Die haben noch meine Schleuder. Keine Zeit dafür. Meine abgegradete Schleuder. Möchte ich aber. Die Haut gerettet. Ja. Ja. Wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Da drüben ist ein Fenster. Okay. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Zack. Wow. Läuft. Komm. Und jetzt? Ich fürchte, das ist unsere einzige Schleuder. Och, komm. Machst du Witze? Nein. Nö, eigentlich nicht. Also wenn ich Witze machen würde, dann würde ich irgendwie sagen, wie... Du, du schaffst das. Geht ein Pferd in eine Bar? Sagt der Barkeeper, warum so lange das Gesicht oder so? Das ist mir. Oh ja, ins Heu springen. Ist von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Die müsste einfach nur ein paar Kniffe jetzt lernen, dass man so die Leute dann aus dem Gebüsch halt raus und knackt genickt brucht. Runter vom Dach, bitte. Ich hoffe, sie konnten die Viertel zu sein. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Ja. Ja, Fleisch für eine Woche. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Noch eine Wache. Selah. Servus. Stupifatio. Sind wir jetzt in Frankreich oder in Italien? So. Aber praktisch. Hab vorhin geschlafen, bin jetzt hellwach und mein Freund auch. Nice. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich bin so halb wach, halb müde. Aber los geht. Wir haben schon wieder ein Uhr. Wahnsinn. Zeit vergeht. Ich bin jetzt schon wieder über 20 Stunden wach. Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass sie nicht können. Und dann rebellieren. Okay. Nein. Geh einfach weiter. Einfach weiter gehen. Einfach weiter gehen. Ja, klar. Seit zwei Tagen nichts anderes. Gönnen wir eine verdammte Pause. War das? Eindringlinge, ergreift sie! Oh nein. Ja, weil die dumme Nuss... Naja. War die dumme Nuss unterm Tisch vorgrabben heute. Bin vorne um 18 Uhr weggeknackt und der hat mich so müde gemacht. Ja, verstehe ich. Das Wetter ist aber auch im Moment so ein bisschen so niederdrückend. Aber das ist so ein klassischer Hebst. Echt? Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unlädtisch, schnell. Nein. Ist das Depot sauber? Ich mach seit zwei Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Nö. Halt still. Nummer eins. Gehen wir. Bin tot, Lüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Na, verstehe ich. Könnte ja auch nicht. Wenn ich... Keine Ahnung, wie viele hunderttausend Menschen getötet hätte. Oder würde ich dann auch irgendwann nochmal der Schlaflosigkeit erleiden. So. Genau. Denk nicht drüber nach, dass du alle enttäuscht hast. Auch wenn du es getan hast. Einfach machen. Hier, geht's runter. Oh. Lukas. Ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja. Du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Richtig. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Oh, komm. Waffen. Schwerter. Messer. Messer nehme ich auch. Schleuder. Suchen wir weiter. Messer nehme ich auch. Wenn das niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Trockenpflanzen. Pulver. Ach. Such weiter. Okay, ja. Schon dabei. Schon dabei. Bin doch schon dabei. Was ist das? Nein. Ja. So. Hier. Fünf Stück Aufrüstungswerke. Nice. Dann können wir nämlich bald unterwegs unser Zeug aufrüsten. Los. Komm schon. Und das ist dann mega. So ein Saustall. Bitte. Bitte. Sie könnten jederzeit kommen. Ja, ja. Die kommen erst, wenn ich die Schleuder habe oder wie auch immer. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Vielleicht hier. Bitte. Bitte. Nö. Wo haben Sie sie hingetan? Auch nicht. Sie muss irgendwo sein. Ja, ja. Beruhig dich doch. Hier ist jede Menge praktisches Zeug. Der Geruch. Das... Ja, ich hab die Nachtschatten am Messia. Verständlich. War also doch nicht umsonst. Na, siehst du. Die Mistennase ist verlass. Oh, da bist du ja. Hab sie. So. Halt dich damit zurück, ja? Messer. Ja. Ach, Mist. Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr so... Oh, ja. Mir fehlt noch was. Das möchte ich haben. Mit Reisewerkzeug. Überall. Ohne Werkbank. Das ist schon... Das ist schon geil. Ha. Ja, nicht ganz. Wir haben noch acht. Dann schauen wir mal, ob wir was kriegen. Und du magst jetzt keinen Stress hier. Ohne Werkbank aufrüsten, finde ich persönlich einen richtig geilen Vorteil. Was ist das? Warte mal. Das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Gajen. Wirklich? Was macht die denn nicht? Hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer. Der See. Mhm. Unser Zuhause war... Irgendwo hier, ja. Hey. Quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja. Das ist alles... Geschichte. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ob das Geschichte ist, ist die Frage, weil irgendwie wirkt es so, als hätten nicht sie selbst damit zu tun, mit dem Ganzen. Sondern, als wäre das politisch irgendwie ausgerichtet, mit der Pest. So nach dem Motto, wir müssen da mal eine Reinigung durchführen. Komm, wir machen mal hier sowas in der Art, ne? Wir lassen mal Corona los, so nach dem Motto. So. Ja, Sprinten ist nicht. Gut. Gut, ich kriege meine Acht nicht mit zusammen. Schade. Oder ist hier noch irgendwas? Nö. Dann lass mal gucken. Wir finden schon noch eine Werkbank. Ja. Alles klar, viel Spaß. Du lass sie schmecken. Das ist eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich hab hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey! Holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln! Ach, du Scheiße. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Da! Da ist ein Karren! Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Na, dann schiebe ihn mal zurecht. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja. Sie kriegen Angst. Na komm, dran vorbei. Danke. Ja, schrei noch ein bisschen lauter. Das ist jeder Mann. Du hockst schön auf dem Pott und magst du schön... ...stupivaccio, ne? Dann ran an die Kurbel. Ja, ja. Erst mal gucken, ob hier noch Loot ist. Nee. Okay. Also los. Na dann. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Klar. Was? Ach, komm. Das ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Mach doch mal. Abwärts. Es funktioniert. Na komm, lass runter. Ich hab nämlich schon was gesehen. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Du musst zur Tür damit, schnell. Auch noch. Na komm, Lukas. Mach mal. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Ugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Äh, nö, hab ich jetzt eigentlich nicht vor. Hier passt es. Halt. Das ist Dupivaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Ja. Na gut. So. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Bin dabei. Machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch. Sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach nur was. Und eine Balliste kommt da durch. Das kann ich dir auch so sagen. Eine Balliste hat genug Bums, dass die da durch den Stall durchrutscht. Wow. Nö, aber raus hier, du. Ah. Freiheit. Das ist echt ein Schambolzen. geht's nicht mal. istas隊. 糖 maybe? gut, ist neh. peu, ist living. Und das ist ja ein Schambolzen. das ist ja genau weiß nicht, Es ist nur mein Schambol Trip,